Jawoll, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Der DAX endlich wieder nach oben und manch einer sagt sich, siehste, vergeben und vergessen, ab jetzt kann es doch eigentlich nur noch nach oben gehen. So könnte man den Eindruck haben. Tatsächlich, immerhin, der Markt geht nach oben weg. Das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Die Frage ist allerdings, wie nachhaltig das sein wird. Das wird die Frage der nächsten Stunden, vielleicht ein, zwei Tage sein, nämlich die Überlegung, wie weit reicht denn das Ganze auf dem Weg nach oben. Tatsächlich ist das, was wir im Moment sehen, noch nicht aussagekräftig genug, um daraus ableiten zu können, alles nur versehen gewesen mit dem Rücksetzer, jetzt sind wir wieder nach oben unterwegs. Denn der DAX hat eigentlich, wie ich finde, ein sehr klassisches, ein typisches Muster. Man hat fast den Eindruck, dass wir hier irgendwie so in dieser Richtung ungefähr unterwegs sind. Und wir wissen ja, dass Rücksetzer dann gerne wieder in den Bereich der 38, 20, der 50, der 61, 8er Marke gehen. Die 38, 20er, die haben wir gesehen. Ja, ist doch ein gutes Zeichen. Hm, kommt darauf an. Also, denn wenn wir so eine Bewegung haben, ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn wir was Wackeliges bekommen, das weiß ich nicht, aber wenn wir was Wackeliges bekommen, quasi das Pendant zu dieser Geschichte. Der erste Anstieg ganz gut, danach hier irgendwie sowas. Dann bekommen wir den ersten Teil da hinten nochmal. Sprich, dann bekommen wir den ersten Teil da hinten nochmal. Und dann wird entschieden, ob wir noch mehr bekommen oder ob der Kurs sagt, nee, ABC, was habt ihr euch vorgestellt? Es geht nochmal nach unten. Das heißt, dann würden wir immer noch völlig normal in diesem Bereich jetzt hier irgendwo dann die Idee kommen können, passiert jetzt nochmal das oder marschiert der Kurs wirklich weiter? Also, das, was wir bisher haben, ist zumindest mal ein ganz gutes Zeichen, dass der direkte Fall gebrochen ist beim DAX. Gutes Zeichen soweit. Es ist aber noch kein Zeichen, dass jetzt das in diese Richtung direkt weitergeht. Das wird erst eigentlich hier in dieser typischen Kiste entschieden. Ihr kennt das hier. 38, 20, 61, 8er. Irgendwo so in diesem Rahmen, da passiert das klassischerweise. Dreht der Kurs dann oder dreht er dann entsprechend nicht? Was ich mir vorstellen kann, ist, wenn der Kurs jetzt doch direkt hier hoch geht, also quasi nahtlos, ohne diesen komischen Umweg hier, dann ist zwar auch realistisch, dass dann nachher so eine Bewegung nochmal nach unten kommt. Auch die wäre dann überhaupt nicht untypisch. Allerdings, wenn wir das dann, und jetzt wird es unübersichtlich, jetzt löschen wir mal hier alles tapfer raus, was wir nicht brauchen. Also sprich, wenn er jetzt noch weiter erstmal gerade läuft, bevor diese Korrektur kommt, dann können wir ja davon ausgehen, dass nach der Korrektur das passiert. Und das ist dann so weit oben, also jenseits der 78, 76er Marke, dass dann tatsächlich dieses Bild deutlich weniger wahrscheinlich, nicht unmöglich, aber deutlich weniger wahrscheinlich geworden ist. Es hängt also jetzt so ein bisschen davon ab, macht er diesen Umweg nochmal, jetzt zeichnen wir das nochmal ein bisschen anders, also macht er quasi die Story jetzt irgendwie nochmal so, oder vielleicht sogar noch ein bisschen höher, das wären alles gute Zeichen, weil die Zielweite dann immer weiter nach oben rutschen würde. Wenn er allerdings quasi jetzt sofort mehr oder weniger in dieses Muster verfällt, dann reicht dieser Anstieg, der dann zu erwarten ist, wahrscheinlich nicht aus, um uns aus dieser Gefahrenzone für einen typischen Dreh, nämlich hier diesen Bereich hier rauszubringen. Das heißt, da ist noch nichts entschieden. Traurig, aber wahr, aber das muss nicht so schlimm sein, denn man kann gegebenenfalls ja trotzdem die Longseite handeln, nämlich wenn der Kurs hier A, B, C nach unten geht, genauso wie man hier auf so einem Zwischenhoch dann natürlich die Longseite traden konnte, so ist das hier ja auch möglich, mindestens mal dann mit diesem 1 zu 1 Ziel. Und dann ist es ein bisschen eine Typfrage, ob man sagt, ach komm, ich mache Augen zu und durch, ich bleibe einfach drin in der Hoffnung, dass das passiert, ziehe den Stop nach. Das Beste, was mir passieren kann, ist, dass der Kurs hierhin geht. Das Schlechteste, was mir passieren kann, ist, dass ich mit Plus Minus Null wieder rauskomme. Oder ob ich Gewinne hier realisiere. Das Beste, was mir passieren kann, ist, dass der Kurs dann nach unten weggeht. Dann habe ich am höchsten Punkt verkauft. Das Schlechteste, was mir passieren kann, ist, dass der Kurs weiterläuft und ich dann nur diese Gewinne habe. Auch ein attraktives Szenario. Das ist ein bisschen eine Typfrage, was da besser ist für euch. Aber das kann man eventuell auch nochmal genauer besprechen, wenn wir da hinkommen. Vielleicht erkennt man da ja auf einer kleineren Ebene, was er in diesem Bereich dann vorhat. Das Schicke ist, diese Überlegung ist auf den Dow zum Beispiel gut übertragbar. Auch hier haben wir ja zumindest mal nach diesem Rücksetzer hier eine Gegenbewegung. Auch hier gilt das Prinzip dieser Welligkeit quasi genauso analog. Deshalb erkläre ich das beim Dow jetzt nicht nochmal in aller Breite. Ihr könnt euch das sicherlich vorstellen, wie das hier aussieht. Zeichnet einfach das. Notfalls schaut euch das Video nochmal an. Legt es euch daneben. Macht das an eurem Chartbild. Zeichnet das nochmal ein für den Dow. Und dann habt ihr in etwa die Größenordnung, bis wohin das geht, beziehungsweise ab wann dieses Szenario für die Abwärtsseite dann tatsächlich irgendwann obsolet ist. Immer dran denken, für die Abwärtsseite ist es dringend empfehlenswert, dann auch einen Trigger zu verwenden. Das heißt, er soll dann das auch wirklich bestätigen, dass der Kurs dann nach so einer A, B, C oder nach einer vielleicht auch mehrfach wackelnden Gegenbewegung, dass er dann das Zwischentief dann entsprechend da rausnimmt. Aus meiner Sicht ist das wichtig. Achtet dabei darauf, dass diese Bewegung nicht nur Rücksetzer hat, sondern dass die auch dann überschneidend sind. Je mehr es Überschneidungen gibt, desto wahrscheinlicher ist das eine Korrektur. Alternativ ist ein Dreiweller, ist immer nicht die Haupttrendrichtung. Das heißt, da könnt ihr euch immer vormerken, wenn wir da durchgehen, ist das nicht die Trendrichtung, die nach oben geht, sondern ist die Gegenrichtung. Also vorläufig zumindest noch mal eine Fortsetzung nach unten. Ja, und der S&P und der Nasdaq, die beiden sind natürlich jetzt im hinteren Ende genauso drauf. Ich muss allerdings dazu sagen, dass mir das hier beim S&P eigentlich für die Longseite ganz gut gefällt. Nicht zwingend, dass das jetzt genauso weit läuft, wie ich das hier mal angedeutet habe, aber wundern würde mich das auch nicht, wenn wir hier irgendwie sowas in dieser Art bekommen. Das kann auch ein bisschen kürzer sein. Also bitte jetzt nicht wortwörtlich nehmen und jetzt die Werte schon mal notieren. Es geht da mehr um den Tenor, den wir hier haben, den wir zu erwarten haben. Das ist zumindest mal eine Korrektivbewegung und dementsprechend wäre das eine Möglichkeit, Long einzusteigen, insbesondere wenn ihr sagt, ich lasse es dann laufen, denn CRV kann man hier nicht gut ausrechnen, weil wir ja keine klare Zielprojektion haben, denn das ist nicht die erste Korrektur, denn der Kurs kam ja schon von unten und deshalb ist das so ein bisschen die Frage. Chancen sind aber nach oben weiterhin da, also insofern nicht die schlechteste Idee, sich über den Long hier mal Gedanken zu machen. Beim Nasdaq bin ich ein bisschen zerrissen, weil eigentlich muss ich sagen, würde ich eher sagen, das Bild sieht so aus und wenn ich hier auch mal Fibonacci anlege, was den Rücksetzer angeht, dann stelle mir fest, dass wir bis hierhin sehr kurz gelaufen sind. Es kann natürlich reichen, er muss ja nicht die 38 sehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es dann doch noch ein tieferes Tief gibt, ist halt verhältnismäßig hoch. Das heißt, ich habe hier immer noch auf dem Plan, dass wir hier irgendwie in so einer Bewegung sind und dann hätte ich wieder richtig Lust, auf die Longseite zu wechseln. Also, wenn es nach mir geht, ich fände es gar nicht schlimm, wenn der Kurs nochmal nach unten geht, hätte ich durchaus Interesse daran. Dann hätten wir nämlich wieder aufgeräumte Verhältnisse, dann hätten wir wieder unser klassisches Muster und noch mehr Marktteilnehmer, die dann auch gerne bereit sind, darauf aufzuspringen. Ob das jetzt tatsächlich passiert, wir werden es sehen. Aktuell im kürzerfristigen Chart zumindest mal die Aufwärtsbewegung recht stark. Auch hier gilt, wackelige Gegenbewegungen nach unten sind eher ein Zeichen für nochmal weiter und im Moment kann man ja sagen, dass die Abwärtsseite nicht wirklich die scharfe war, sondern eher nochmal eine wackelige. Also, ihr seht das hier, schubwackelig ist eher ein Zeichen dafür, dass die Bewegung nach oben nochmal weiter geht. Also, die Voraussetzungen sind klar. Eigentlich haben die Märkte zumindest jetzt mal in den nächsten Stunden, unter Tagen jetzt, also in der kürzeren Zeit, jetzt eine ganz gute Chance, vorläufig nochmal ein bisschen nach oben zu gehen. Das suggerieren zumindest mal hier diese kleineren Zeitbilder und ob es dann nochmal diesen Umweg eben gibt oder ob man den dann gleich auslässt, das werden wir dann tatsächlich sehen. Aber wir haben ja eine erste Marsch-Idee schon mal in der Ankündigung. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute mit dem Update zu den Indizes. Liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.